Die GoodBag funktioniert in allen Dennergeschäften. Außerdem funktioniert die GoodBag weltweit in über 10 Millionen Lebensmittelgeschäften. Das heißt, wenn ich mit der GoodBag unterwegs bin, auf Reisen bin, kann ich sie auch einfach mitnehmen und ganz einfach bei jedem Einkauf Plastikmüll aus dem Meer fischen. Die Idee zur GoodBag ist entstanden, weil wir besorgt waren über die Klimakrise und die Plastikflut. Und wir wollten es für Menschen ganz einfach machen, im Alltag was zur Lösung dieser Probleme beizutragen. Und so haben wir die Idee zur GoodBag entwickelt und dann umgesetzt. Es sind über eine Trillion Plastiktaschen, die jedes Jahr für durchschnittlich nur 15 Minuten verwendet werden und ein großer Teil davon landet auch in den Meeren. Das heißt, es ist eigentlich der Alltagsgegenstand, der nach wie vor am meisten für eine kurze Zeit verwendet wird. Und wir haben uns gedacht, das ist ein guter Startpunkt, um Konsumenten abzuholen und zu motivieren, einen kleinen Schritt Richtung Nachhaltigkeit zu tun. Und das ist das, warum wir die GoodBag als Tasche ausgewählt haben. Die Idee ist entstanden während meines Auslandstudiums in Australien, wo ich sehr viel Zeit in der Natur verbracht habe und mir während dem Studium auch überlegt habe, wie kann man Menschen motivieren, im Alltag etwas zu einem nachhaltigen Lebensstil zu tun. Und ich kann mich noch ein ganz spezielles Erlebnis erinnern, wo ich einfach laufen war, getrackt habe, wie schnell ich laufen gleichzeitig gesehen habe, wie ein Cleanup ziemlich viel Müll sammelt. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre ja auch cool, wenn die sozusagen in Echtzeit auch sehen, was sie gerade erreichen und dafür auch noch belohnt werden. Und das war im Prinzip der erste Startschuss, wie die Idee zur GoodBag entstanden ist. Die Partnerschaft mit Denner ist durch einen Zürich-Besuch entstanden, wo wir von der Außenwirtschaft Österreich eingeladen worden sind, die GoodBag vor Publikum zu präsentieren. Und dort habe ich dann den Andreas Honegger von Denner getroffen. Wir sind dann relativ schnell ins Gespräch gekommen. Er hat mich dann gefragt, ob wir das mit leichten Änderungen relativ schnell umsetzen können. Und wir haben gesagt, ja, das können wir umsetzen. Und so ist die Partnerschaft entstanden. Und wir sind natürlich sehr happy, dass diese Partnerschaft nach wie vor sehr gut läuft. Die GoodBag-Taschen werden in Pakistan produziert von dem Unternehmen Nischert Mills. Wir haben uns für diesen Produktionspartner entschieden, weil sie besonders nachhaltig bei der Produktion sind. Das heißt, sie verbrauchen 25 Prozent weniger Wasser wie vergleichbare Unternehmen. Zusätzlich haben sie alle gängigen Stand-Standards wie PSCI, SMETA-Zertifikate, OCS und GOTS-Zertifikate. Und wir sind wirklich sehr, sehr happy, mit diesem Produktionspartner zusammenzuarbeiten, um die GoodBag möglichst nachhaltig zu produzieren. Also wir sind sehr, sehr happy, dass die GoodBag mittlerweile in über zehn Ländern verfügbar ist. Wir über 1.800 Partnershops haben. Auch einen großen Retailer mittlerweile in Portugal gewinnen konnten, der die GoodBag auch dort sehr stark auf dem Markt präsent hat und bewirbt. Unser nächster Schritt ist, dass wir jetzt von einer Plattform, die Menschen für die Wiederverwendung der Tasche belohnen, zu einer Plattform weiterentwickeln, die Menschen auch für den Kauf von nachhaltigen Produkten belohnt. Das heißt, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Frequent-Flyer-Programm, nur wesentlich nachhaltiger, cooler und interaktiver, wo ich dann auch belohnt werde, wenn ich nachhaltige Produkte kaufe und andere nachhaltige Handlungen tätige. Also es geht sehr, sehr spannend in Zukunft weiter und wir sollten schon Ende dieses Jahres die ersten Pilotprojekte in diese Richtung präsentieren können. Meine Lieblings-GoodBag ist die Undo Fix It GoodBag, die ich auch fast immer auf Reisen dabei habe und auch im Alltag beim Einkaufen jedes Mal verwende.